So, ich mach Rekord. Rekord? Geht das Buch oder was? Komm an Weihnacht dazu. Frittenhunger, Frittenbude, hat zu. Frittenfreddi, was sagst du dazu? Frittennotstand und schon ganz nasse Schuhe. Frittenbude, ham an Weihnachten zu. Ja, es war mal wieder Weihnachten und der Schnee fiel überall auf der Welt, nur nicht in meiner City in Bottrop. Ich hatte mal wieder Frittenhunger und so machte ich mich auf zu meinem Lieblings Frittenimbus, Mannis Wurstpalast. Aber dort gab es nur Würste. Manni hatte das Fett von der Fritteuse gewechselt und so blieb die Fritteuse kalt. Also ich weiter zum Dönermann, vielleicht hatte ich da mehr Glück. Doch auch hier kein Fett in der Fritteuse. Akbulut zuckte nur mit den Schultern und schüttelte traurig mit dem Kopf. Ich ging zur Bude, um mich mit etwas Haribo zu trösten und traf dort meinen Kumpel Stefan und klagte ihm mein Leid. Stefan sagte, ja weißt du denn nicht, an Weihnachten wechseln jährlich alle Frittenbuden der Welt ihr Fett. Deswegen gibt es an Weihnachten nirgendwo Fritten in Frittenbuden. Wir teilten uns ein Bier und er nahm mich mit zu sich nach Hause, wo wir uns eine Ladung Backofenpommes machten, die auch nicht schlecht schmeckten. Oh Mann, war das ein Weihnachtstag. Frittenhunger, Frittenbude hat zu. Fritten, Freddy, was sagst du dazu? Frittennotstand und schon ganz nasse Schuhe. Fritten, Freddy, was sagst du dazu? Frittennotstand und schon ganz nasse Schuhe. Frittennotstand und schon ganz nasse Schuhe. Fritten, blödem ich Tradel doch auf. Oh, 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 oh.